Dankeschön fürs Kielen. Es kommen plötzlich so viele. Was geht denn mit denen? Lass mich jetzt mal durch. So. Hier hat's Kühe. So. Geh das nächste Mal nicht durch den Eingang. Du wächst. Alle auf. So. Puh. Essen. Eine Wasseressenz. Schwarzbrille für ein Steinsiegel. Ja, das sehe ich. Das ist doch ganz klar, dass man in eine fremde Festung nicht reingeht. Oh, Purple Rucksack. So. Ich muss mal ein paar Sachen reinlegen. Oh mein Gott, Living Metal Chainschwart. Schau. Schau. Ich glaube, das ist besser. Er ist ein Boss. Ja, danke. Siebzehn Schaden. Siebzehn Schaden. Siebzehn Schaden. Oh, geht doch aus. Oh, toll. Oh, toll. Oh, das ist doch kein Problem. So. Wie gehen wir hier rein? Mal schauen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, das habe ich gemerkt. So, mal die ab. Warum? Ein paar Lampen mitnehmen. So. Oh je, schon wieder ein Kripper. Man kann einfach... Entweder kann man es oder man kann es nicht. Aber das ist schrecklich. Die gehen alle auf dich. Oh, wie viele. Oh, wie viele. Die hatten Fehler. Ja, toll. Kannst du dich nie verstecken. LOL. Was soll ich machen? Ich kann dir ja nicht helfen. Einen Knopf musst du ja auch nicht mitnehmen. Einen Knopf musst du ja auch nicht mitnehmen. Dieser Schrott, der hätte er dabei haben. Ja. Ja, der Boden ist sowieso Schrott. Ähm, die scharfe Kanne. Muss er jetzt nicht nehmen. So. Ich kann nicht... Hast du viel Schrott dabei? So. Ähm, das rein. Das... Ähm, das hat er. Eisenhelm. Kom. Kom. T... 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 Gedenkstätte. Du bist jetzt. Also da, 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 da. Ähm, da, da. Ähm, da, da. Ähm, äh... Schild, genau, das Schild. Die Eisenröse können wir wegschmeißen. Ja, bringt's jetzt auch nicht mehr. Oh, je. Einen Rucksack. Da. Kann ich, kann nichts mehr. Da, da. Ähm, da. Schild, genau, das Schild. Da. Ähm, was haben wir sonst noch? Sonst ist alles gut. Brustplatte. Eis und Sachen. Hören wir alles rein. Ähm, Ofenkartoffeln sind noch die. So. Ähm, hab zu viel. Ähm, leg mal paar Sachen in den Rucksack. So. Also. Hier ist Eis. Und der Schnee. Der Schnee. Also. Wichtig. Und. Und. Auch. Und. Und. Ah, es geht. Ein paar Lappen mitnehmen. Ich mag die. Ja. Ich ziehe jetzt nicht noch mal alles aus. Da. Essbarer Schleim. Wo hast du denn Fleisch? Hast du ja schon lange gegeben? Das Zeug ist wieder drin. Hier sind noch ein paar Farkeln. Schau rein. Ja, genau. Mach du mal das Schutzschild für mich. Oh, jetzt kommt ein weiterer Boss. Das ist gefährlich. Den Öfen ist meistens noch etwas drin. Kohle. 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 Ich habe noch eine Axt für dich. Nein. Ich habe nur eine. Voll übertrieben. Viele Bücher einsam. Ja. Ja, da hinten ist noch. Fuglot. Brauchen wir nicht. Iron Sheet. Iron Glove. Golden Bow. Jetzt setzen wir ein. Ähm. Laun können wir mitnehmen. Pfeiler. Ja. So. Schön alles abbauen. Ist doch richtig. Herzlicher. Wir bringen uns der Masse zu hart eisen. Pfeiler. Ich habe das Ding. Die Masse zu sch fail. Ah, ganz gut. Ich kann die Masse zu schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020